Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 26. Dezember, also den zweiten Weihnachtsfeiertag. Ja, eine Weihnachtsausgabe, denn gestern habe ich mir ja die Folge gespart, habe Weihnachten gefeiert und es gab halt auch nicht so viel. Es ist halt, wie gesagt, Weihnachten. Aber heute haben wir dabei Tesla, Samsung, Snapchat und WeChat. Beginnen tun wir aber mit Tesla und das freut mich, denn ich dachte schon, ich musste es ja ohne den guten Elon beenden, der uns ja zeitweise im Wochenrhythmus mit News versorgt hat. Und auch diesmal gibt es News bzw. schlechte Nachrichten zu Tesla und zwar am Montag ging die Tesla-Aktie auf Talfahrt an der Börse und zwar mit satten 7,6%. Und das, weil es nämlich Preissenkungen in China gab. Dort wurde das Model 3 bis zu, ja, was war das genau? Ich glaube 12%, ne, 7,6% für das Model 3. Also witzig, ist ja genauso viel, wie die Aktie gefallen ist. Deswegen war ich durcheinander, denn das Model X und das Model S, das wurde nämlich bereits im November von 12% bis zu 26% in China gesenkt. Also drastische Preissenkungen, um die Dinger bezahlbar zu machen in China und das hat sich im Aktienpreis entsprechend dann niedergeschlagen. Ja, zusätzlich gibt es noch die Problematik mit den Steuervergünstigungen in Amerika. Ja, denn da nicht so viele Model 3s so schnell ausgeliefert werden können wie versprochen, können eventuelle Käufer die Steuereinsparungen nicht mehr geltend machen. Und da hat sich einer an den guten Elon auf Twitter gewendet, hat gesagt, was denn dann los ist und da hat der Elon gesagt, ja, Tesla übernimmt dann die Zeche. Tja, das hat den Börsern auch nicht so gut gefallen und das hat auch nochmal dazu beigetragen. Dann gucken wir mal, was denn 2019 mit denen noch so passiert. Eine andere gute Nachricht und interessanterweise einmal eine, die erst in Deutschland passiert, bevor es auf dem Rest der Welt passiert, ist die von Samsung, die nämlich Android Pie eigentlich, also das Update für Android auf die letzte Version, für den Januar geplant hatten. Und auf einmal wurde das jetzt schon ausgerollt und wie gesagt, in Deutschland. Man weiß nicht so genau, ob das jetzt ein weltweiter Release ist oder nicht oder ob die anderen noch warten müssen, ob irgendeiner zu schnell den Schalter umgelegt hat. Aber zumindest deutsche Nutzer eines Galaxy S9 und S9 Plus können sich darüber freuen, dass sie jetzt das Update kriegen auf Android Pie. Schöne Weihnachtsüberraschung von Samsung und mal sehen, wann die anderen Länder es bekommen. Was es auch noch zu Weihnachten gab, das ist einen neuen Filter, nein eigentlich keinen neuen Filter, sondern neue Möglichkeiten für die Gesichtsfilter auf Snapchat. Und zwar können die jetzt auch auf Hunde angewendet werden. Das hat zwar früher auch schon mal hin und wieder funktioniert, aber Hunde sind jetzt offiziell unterstützt, wie bereits auch Katzen. Die wurden letzten Monat hinzugefügt, also sind nun Katzen, Hunden und Menschen offiziell mit Filtern versehbar. Und ja, da kann man jetzt Spaß haben und zu Weihnachten den Hund mit irgendwelchen Rentierhörnern rumlaufen lassen. Oder Rentier heißt das ja, nicht Rentier. Aber wenn der Hund rennt, dann rennt er. Ja, und wenn wir schon bei Snapchat sind, die ja das Format Social Stories erfunden haben, was dann Instagram kopiert und perfektioniert hat, da gibt es nun auch den nächsten Klon. Und zwar der chinesische Social Media Gigant WeChat. Der hat nämlich jetzt auch Social Stories eingeführt. Dort konnte man zwar schon bisher Videos teilen in so einer Art Timeline, wie auch bei Facebook und mit Freunden. Und jetzt gibt es die Funktion, die heißt Timecapsel. Und die Timecapsel, die ermöglicht es, einem Videos hochzuladen bis zu 15 Sekunden, die nach 24 Stunden verschwinden. Tja, kommt bekannt vor, oder? Tja, schauen wir mal, wie sich das in China entwickelt. Aber es war auch auf jeden Fall Zeit für WeChat, dass sie da auch was tun in Richtung Video. Da besonders in China auch TikTok eine große Konkurrenz für WeChat bedeutet, die aber sowas von mächtig und groß sind, das kann man sich kaum vorstellen. Und das ist nur mit Facebook zu vergleichen. Und da bleibt es auf jeden Fall spannend, wann die jetzt auch mal wirklich in Richtung Europa und Amerika gehen. Denn irgendwann wird es auch soweit sein. Tja, und damit wäre es das auch für heute. Ich wünsche euch einen tollen zweiten Weihnachtsfeiertag. Macht was Schönes mit Familie, mit Freunden, was auch immer. Und morgen ist dann ganz normaler Wochentag. Und dann hören wir uns auf jeden Fall wieder mit dem Geek Talk Daily. Bleibt positiv. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.